So, ich switche mal ins Gama rüber. Sieht man dich dann endlich nicht mehr, was? Doch, man sieht mich aber sowas von. Verdammt. Haben wir Ton? Ja. Sehr gut. Und damit geht's wieder weiter in Minecraft. Mann, 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 wie lang ist das her? Da lurzt er schon wieder da draußen rum. Rumlungern vor... Trottelbambus. Ah. Ei, 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 ei. So, ich muss mal... Hier dürfte sich ja nicht viel verändert haben. Der Server lief ja eigentlich nur jetzt, wo wir versucht haben, ob er läuft. Der kann nicht laufen, er hat keine Beine. Hier oben war unser Feld, genau. Mann, 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 das ist ein bisschen zäh, oder? Wahrscheinlich lädt der gerade noch. Man kennt's ja von Minecraft. Hatten wir hier kein Tor gemacht? Doch. Oh, Weier. Der muss gerade mal ein bisschen laden bei mir. Gott, wenn ich jetzt... Wieso läuft doch? Bei mir ist's ein bisschen zäh. Tja, such den Fehler. Warte mal kurz, ich muss mal eben raustappen. Ich hoffe, der nimmt mir das nicht übel wie damals. Doch, er nimmt's mir übel. Warte mal, ich muss noch mal kurz Minecraft neu starten. Tschüßen. Tschüßen. Endlich ist er weg, ey. Nein, nein, er ist noch da, nur Minecraft ist weg. Ich hatte noch den Discord volle Möhre über meinem Chat hängen hier. Das war übrigens dein Discord und da war ein Foto von einer Ente, die in einem Klo sitzt. Ja, sorry. Discord ist etwas durch. Hast du Mobs an? Ich hab Mobs an. Hast du Mobs an? Har, har. Arr. Nein, das ist ein Street. Fleck, Fleck. Ja. 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 Toll. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Bist du immer bei dir so? Ich hab kein Essen. Ich werd sterben. Hm. Stell dir doch was. Ja, bestell du mir doch was. Stell dir doch was. Wie kann man klippen? Äh, gar nicht. Das ist kaputt gegangen. So, da bin ich wieder. Oh nein. Was? Ja, doch. Jetzt warte ich mal kurz, bis der lädt hier. Bin laden. Haha. Komm gleich wieder. Ja, ja. Okay. Hier war unser Mais... Äh, nicht Maisfeld. Maisfeld war ja damals noch tabu. Es bleibt auch tabu. Aber ich bin ja... Ich hab ja jetzt hier absolute Macht über die Mods. Shit, denn das stimmt. Das ist ja dein Server. Hahaha. Okay, ich muss offline gehen. Ich hab Internetprobleme. Ja, ja. Ja, ja. So, gut. Mein Inventar ist total vollgemüllt. Wie konnte man nochmal rechts diese Übersicht ausschalten? Warte mal, ich muss mal in deinen Stream gucken. Warte mal, ich muss mal in deinen Stream gucken. Ja, hier die mit diesem... Mit diesem... Wo die ganzen Items drin sind. I don't know. Verdammt. Hä? Wir haben das jetzt schon ewig nicht mehr gespielt. Was fragst du mich da? Ja, du bist doch jeder Minecraft Pro. Ich ess jetzt alles Essen weg. Ich hör's schon. Alles. Okay, warte. Jetzt muss ich nochmal kurz, ähm, überlegen. Das klappt doch nicht mit dem Überlegen. Ähm. Aber erstmal. Ähm. Hier ist, äh. Huch. Moment, bei mir ruckelt's grad tierisch. Man, man, man. Einmal mit Profis. Ja, echt? Aber guck mal, bei mir. Gibt's denn da los? Wie viele Frames hast denn du? Wie kann man das nochmal... Ich habe gerade zwei FPS. Eins. Eins FPS. Eins FPS. Eins FPS von der Welt? Ja. Gibt's doch nicht. Warte mal. Schon wieder. Schon wieder. Wie lange soll ich denn noch warten? Junk Loading Default. Erweitert das Open GL. Bla, bla, bla. Helligkeit düster. Was? 3D-Effekt aus. Guck mal dein Essen. Was? Dein Essen. Was mit meinem Essen? Liegt hinter dir. Ach so, ja. Ich kann mich ja nicht bewegen. Vollbild an. FPS off. Leck-O-Meter. Mausi-Pupsi, schön, dass du da bist. Na, kein blöder Spruch. Ich warte. Ja, von dir? Äh, von mir? Ja. Nein, warum? Ach so. Wegen Mausi-Pupsi. Ach, meinst du mich? Nee, dein Hintern wärst du. Wieso nimmst du meinen Hintern Mausi-Pupsi? Wegen Pupsi oder was? Nein, ich meine Locke. Das hat eine Locke mit meinem Hintern zu tun. Oh, Alter. Wirklich. Nein, Schweinelocke. Nicht sagen, wie das geht. Klippen ist kaputt. Ähm. Ja, ich stocher hier gerade in den Grafikeinstellungen rum. Da war doch irgendwo was, wo man... Open GL ist fast. Fancy. Fast reicht aber eigentlich. 3000 Jahre später. Ja, aber es ruckelt. Mimimi, es ruckelt Mimimi. Ich kann noch nicht mit 1 FPS spielen. Ist besser wie keins FPS. Ja. Grafikmodus. Null FPS wäre ja Standbild. Ganz so schlimm ist es ja nicht. Warte. Guck mal, ob es im Menü besser wird. Nö. Oh nein, Locke. Warum padst du? Hihi. 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 Ähm. Endlich ist er wieder weg, ey. Ja, warum ist das denn so? Ja, weiß ich nicht. Meins läuft mit 42 FPS rund. Ich habe auch nur ganz wenig... Hast du irgendwelche Browserfenster offen? Ich, äh... Ich, äh... Ich, äh... Im Jahr. Ja, dann hast du doch den Fehler schon. Wieso? Oh, mein Hackzimmer. Muss man Browserfenster schließen? Ja. Das frisst übelst viel an... Dings. Aber es lief ja gerade und auf einmal nicht mehr. Hast du es kaputt gemacht? Ja. Ja. Ach, seufzt's. Dieses Spiel. Ja. Mach ich die mal zu. Aber ich muss ja deinen Chat sehen. Nee, 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 nee. Musste nicht. Doch doch. Geht schlafen. Im Hackbett. Ich kriege gerade die Nachricht, dass Zicky Zockt online ist. Ah, wer ist das denn? Daz denn? Kennst du nicht Daz? Daz denn. Dupstep. Bestes Gameplay ever. Blackscreen, ja. Dup, 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 dup. Wer hat denn diesen ganzen blöden Bambus hierhin gepflanzt? Kannst du das nicht mal lassen, ey. Ich war das nicht. Warst du wohl? War ich nicht. Doch. Du findest das nicht, Peppy? Ach, das ist nicht schlimm. Ich sag ja, Klippen ist kaputt. Sieht so aus, als ob es jetzt schon wieder hier so ruckelt. Hä? So ist dein Stream weg. Braha. Da ja. Ja, es ruckelt immer noch. Das liegt aber da dran, dass... Es gab irgendeine Einstellung. Hier findet man ja nichts. Warte mal. Junk Loading Smooth. Ja, das Hackzimmer. Siehst du, mein Hackzimmer ist legendär. Aber das ist schon eklig, dass die Fleischstücken durchs Zimmer springen. Das hab ich doch damals schon gesagt. Boah. Es lebt noch. Die Welt wurde gespeichert. Also hier hinten? Essen. Ruckelt, dass derbst bei mir. Bäh. Was denn? Ich kann mich nicht bewegen. Ja, ich seh das gerade. Du hüpfst in Slowmotion durch die Gegend. Ja, aber warum? Lol. Warum machst du denn sowas? Hast du einen Rechner früher neu gestartet? Ja. Hast du Java auf aktuellen Stand? Oh, das weiß ich nicht. Weil das kann auch dazu kommen, dann so. Okay, dann warte mal. Ja, ja, ich warte. Ich bin ja jetzt dran gewöhnt. Stimmt, dieses Java-Gedödel da. Äh, Java. Installieren. Ach ja, das dauert ja auch mal Stunden, denn diese Mods. Hey, das ist 2000 Jahre später, habe ich gesehen. Oh Mann, hör auf. Mach den Stream aus. Frechheit. Dann kannst aber nur du linsen. Aus dem habe ich gar nichts gemacht. Nee, nee. Nein. Oh. So, wenn ich das Spiel starte so, dann läuft's flüssig. Aber eben war's, wenn ich mich, ähm, verbunden habe. Ab dann fing's an zu ruckeln. Peppi schreibt. Flüssig. Ach, jetzt fragt mich hier das wieder. Jetzt habe ich schon wieder ein kleines Bild, oder? Ja. Aber es läuft. Okay, also noch mal raus. Hört ihr bitte nicht. Vielleicht Harald kann der weitermachen. Harald. Wenn's dann jetzt wieder nicht geht, dann liegt's vielleicht an der ... Wie grabst du das ab? Mit Game Capture oder mit Bildschirm? Du musst immer nur gamen, ne? Game, genau. Aber halt, er grabbt es so nicht ab. Ich musste das Spiel selbst einbinden. Okay. Das klappt bei mir. Aber ist ja die gleiche Capture-Art dann. Also soll es da nicht liegen. Traust du dich ja nicht, dein Desktop zu zeigen? Es ist dunkel. Es ist vielleicht Nacht. Ach, echt? Ja, weiß ich nicht. Du bist vor Ort. Unsere Außenreporterin Zicky berichtet, es ist dunkel. Bist du dir sicher, dass du Mobs anhast? Äh, ich hab eben noch mal geguckt. Da war ein Häkchen und das steht auf einfach. Okay, weil hier Mobs nichts rum. Mobs doch was rum. Scheiße. So, okay. Da bin ich wieder. Ach, nö. Und jetzt scheint es auch gerade zu gehen. Vielleicht lag es wirklich in der Java-Version. Nee, war? Ja, war. Ja, nee. Wie ging das jetzt nochmal hier mit dem in diese Fächer verstauen? Gott, ich weiß gar nichts mehr. Tja, probier es aus. Oh, es ruckelt. Wieder. Sorry. Alter, ey, das gibt es doch nicht. Ach nee, jetzt geht es wieder normal. Das ist nicht schön hier draußen. Die wollen mich alle anknabbern. So, wie konnte ich hier nochmal was reinpacken? Mit E? Nee. Ah, nicht mit E. Ah, mit rechter Maustaste. Okay. Irre. Erde. Erde, Erde, Erde. Erde. Oh nein, das ist ein Creeper, Mann. Da, Erde. Ist schon voll. Erde ist voll. Ach du Heilige, was habe ich denn hier noch alles? Redstone, Seide, Eichensetzlinge, die kann ich eigentlich mal reinflatschen. Trottelbambus. Super wichtig. Man sollte immer drei LKW-Ladungen Trottelbambus dabei haben. Ja. Oder Sahne. Der ist lebensnotwendig. Ja, oder Sahne. Sahne ist sehr, sehr wichtig. Drei Tanklaster Sahne, bitte. Kartoffel. Zauntor. Heilige. Hammer des Zimmermans. Den brauche ich noch. Eisen lasse ich auch mal. Feuerzeug. Orient Lampenputzergras. Auch wichtig. Spinnenaugen. Boah. Irgendwie kriegt er hier. Wieder zu Hause. Komm, du hast es vermisst. Gib's zu. Bisschen. Naja. Wieso sind die Maus so schnell? Kann man das einstellen hier? Steuerung. Mausempfindlichkeit. 90. Haben wir irgendwo Zäune oder sowas? Hm. Was ist das denn da? Barriere des Zimmermanns. Was ist das? Zauntor. Marmor. Grauwacke. Ja. Schaufel, 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 Schaufel. Gabro, Pflasterstein, Werkbank nehme ich auch mal mit. Granit kann weg. Bis gleich, Locke. Lass es dir schmecken. Jo. Guten Hunger. Guten Hunger. Ich habe auch Hunger. Ist für mich mit. Was liegt denn hier schon wieder? Ich war das nicht. Schlons. Quarzit Pflasterstein. Ist das voll? Einmal 64. Ne, 39. Hä? Ich bin jetzt mal fünf Stunden nur am Sortieren hier. Ich mache gerade Karpenerblöcke vor oben. Damit mal auch was Kreatives gezeigt wird. Was ist das denn jetzt? Hatste nicht gesagt. War eine Störung in der Leitung. Was hast denn du für Einstellungen eigentlich? So. Inwiefern wird für Einstellungen meinst du? Grafik und so. Grafik. Grafik. Dann machen wir das noch. Also ich habe Grafikmodus schön. Und weiche Beleuchtung minimum. Okay, habe ich auch. Aber da habe ich ja seit damals auch nichts geändert. Es wundert mich, dass der gerade hier so massiv Einbrüche hat. Wie du das zeigen kannst. Warte mal kurz, Peppy. Dann gebe ich dir mal kurz die Rechte dazu. Und dann, wenn du diese Rechte hast, bitte instant den Link posten. Weil die halt nur kurz an. Oder der lädt einfach nur immer. Oh, sorry. Jetzt habe ich dir dazwischen geglaubt. Macht nichts. Oh, du wurdest geklippt. Ja. Permit. Permit. So, jetzt kannst du den posten innerhalb von 30 Sekunden. Zackig. Zack, zack. So. Hä? Du hast doch Permit gekriegt. Was machst du denn, Peppy? Peppy, 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 Peppy. Oh, Rülps. Warte mal, ich gebe dir nochmal Peppy. So schwer kann das doch nicht sein, ey. Wo ist es denn jetzt? So, zack. Jetzt dürftest du eigentlich den Link posten dürfen können tun. Gedöns. Versteh es nicht, bin doof. Was hast du gesagt? Au. Hä, das geht nicht. Keine Ahnung. Dann schick den doch mal, äh, Locke und die kann den nicht posten, weil die darf. Die hat einen Darfschein. Wie hoch haben wir die untere Etage gemacht für Blöcke? Weißt du das? Was? Was? Wie viele Blöcke? Die untere Etage. Nee, keine Ahnung. Sind es vier oder fünf? Moment, ich ruckel mich gerade wieder ins Haus. Die untere, ähm, das müssten fünf sein auf jeden Fall. Okay, dann passt das so. Okay. Zack. Ich hab's ihr per... Nee, vier. Vier. Ja. Zumig Froschen. Ich habe mit der Werkbank nachgezählt. Das sind vier. Vier Werkbänke hoch. Horrorspinner 7. Hi, guten Abend. Ja. Was machst du? Wo bist du überhaupt? Ich mache Dinge, die du nicht tust. So kreative Dinge, you know? Nee. Horrorspinner, danke für den Follow. Ähm... Ich weiß noch nicht was, wo du bist. Ja. Ach, da oben. Ah. Nee, 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 nee. Da, wo der Müll unten liegt, ist die Zicky oben. Was? Müll. Gar kein Müll. Ist der Bibliograph-Mod dabei, werde ich hier gerade gefragt. Das weiß ich nicht. Das normale Liv in so Schniedelwurz halt. Ja. Das ganz normale. Wir haben da nichts zusätzlich installiert oder so. Nee, das muss eine Etage höher sein, weil wenn ich da jetzt die Decke reinziehe, sieht das mit dem Fenster voll Kacke aus. Du hast geschwindelt. Nee, hier. Ach so, hier. Das sind vier. So in der Höhe. Ja, und dann noch einen da drauf, um die Decke anzuflatschen. Genau. Irre. Aber der Raum ist ja dann nur vier hoch. Erbsen-Zieler. Nimm ich. Kaufe ich auf dem Schwarzmarkt. Such mal danach. Wo kann man denn hier in die Mods gucken? Ach so, warte mal. Wieso, du kannst es suchen, ist doch richtig. Hm? Hast doch das Suchfenster. Das Suchfenster. Wo war denn das? Unter E. Und dann hast du unten die Eingabe. Aber da kann ich doch nicht nach, wenn ich es richtig schreiben würde. Ach so, doch. Bibliocraft. Ja, doch, ist dabei. Oh cool, es gibt Schreibmaschinen. Und Eichenholz-Möbel-Einrahmen. Irre. Das ist echt cool. Warte mal. Schwertz-Socke. Schwertz-Socke. Lampen. Oh cool. Ja, ey, du lamerst die ganze Zeit rum und ich hab gleich die erste Etage hier fertig. Ja. Das ist immer so. Ja, das stimmt wohl. Warte. Achtung. So, hab mitgemacht. Boah, jetzt ruckelt das schon wieder. Ah, dein Lieblings-Mod. Geh weg. Der sieht echt gut aus. Aber, boah. Was lädt der denn hier immer? Ich hab keine Probleme. Also, bei mir läuft's flüssig wie dünnsches. Ich hatte da noch irgendwo eine Kartoffel, oder? Da. Oh, die war aber schnell weg. Boah. Ist irgendwas. Jetzt läuft sie da normal. Versteh das nicht. Äh, Pepbox, auch dir danke für den Follow. Ich hab gar keine Follow-Notification hier gekriegt. Peppl. Jetzt kommt sie. Wenn man vom Teufel spricht. Ach man, jetzt hab ich den Überraschungseffekt versaut. Ach, Peppi, du kannst den Clip aber auch bitte noch mal ins Discord posten, wenn du so lieb bist. Da kannst du das, äh, unter Streamclips, kannst du es einfach reinklatschen. Boah. Jetzt bin ich wieder hier unten. Jetzt geht wieder gerade gar nichts. Hashtag Leckfrei, ja. Ähm. Ich rätsel schon die ganze Zeit, woran das liegt, dass der immer so, aber auch immer, wenn ich hier unten hinkomme, ob das diese ganzen vielen Karten, aber das hatten wir da damals auch nicht. Naja, ich hab's ja auch nicht. Bei mir läuft's, wie gesagt, alles astrein. Okay, warte, dann geh ich jetzt noch mal raus und mach mal deinen Stream zu. Ja, schüssen. Eieiei, so, zack, weg damit. Ich hab ja trotzdem noch ein Browserfenster für den Chat offen. Ich hoffe, das macht nix. Aber normal hab ich auch im Hintergrund immer Tweet-Deck und so. Ja, ja. Ja, ja, ach, der labert wieder. Der Olle sucht die, ey. Ja, ja. Kommt vom Stream, glaube ich. Achso, du hast auch Leck. Der Twitch hatte eben auch Probleme. Die haben die über 10 Minuten, bevor wir gestartet haben, haben die die Meldung rausgehauen. Die werden jetzt gefixt, aber hm. Alles gefixt, gar kein Problem. Genau. Das sag ich auf der Arbeit auch immer. Bei unserer eigenen Software. Aber es könnte auch daran liegen, dass OBS läuft. Ich weiß es nicht. Dann hätte ich's aber auch, du Nasenbär. Ja. Du Zuckerschnute. Du Nasenbär. Ach, du Nasenbär. Ich seh dich jetzt nicht mehr, das ist doof. Gott sei Dank. Aber du siehst mich ja noch. Tja. Nee, macht's möglich. Es ruckelt aber immer noch. Ja, toll. Hast gut hingekriegt. Weißt du alles, machst du kaputt. Alles. Oh Mann. Aber es muss doch irgendwas sein, was das Ding jetzt gerade hier so super lahm macht. Lippen macht Spaß. Ich hab Angst. Okay, der nächste Versuch, bevor ich jetzt hier wieder stundenlang rumprobiere. Und 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 jetzt hier wieder stundenlang rumprobiere.